Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Borderlands 2 mit der Uncut und der Pseudonymer und mir, die Mischo von der Pummelrunde. So, wir sind hier immer noch auf Insaktenjagd. Auf Insaktenjagd. Ja, die gehen mir so auf den Sack, diese Insekten. So. Medi! Medi! Medi, kid! Medi, kid! Aber ich mag diese Sniper-Rifle. Ja. Uh, jetzt ist das gut. Hier ist ein Item. Datalog. Morden ist menschlich, vergeben ist göttlich. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber, hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Genau. Total. Kein Problem. Also, diese Banditen sind auch die vertrauenswürdigsten Kreaturen aufgelöst. Absolut, absolut. Ja. Hä? Da oben ist was. Ich werde jetzt mal die Quest hier zu Ende machen. Okay. Und Onkel. Ja, das wird ja wohl nicht ist. So. Hä? Ja, wir müssen auch noch Inseiten. Wenn dir das versteckt, was soll der Quatsch? Musst du umschalten, deine Quest. Achso. Ja. Äh. Ne, wir müssen hier... Mordsmoor-Verei. Ja, das ist genau hier. Ne, ne. Ja, die Säcken sind aber nun mal gerade nicht da. Das ist nicht hier, das ist dahinten. Müsst du mal auf Karte gucken. Guck mal. Oh. Oh. Oh Gott. Das muss hinter dieser Mauer hier irgendwo sein. Ja. Einmal rund laufen. Jetzt geht's gleich rund auf, ne? Jetzt geht's los. Ich will eine Pizza. Jetzt geht's los. Pizza wunderbar. Oh, ich liebe diese Sniper-Rifle, die ist ja klasse. Hau jemand anderen die Fresse ein. Ich fühl mich noch spitzenmäßiger. Die Level 15. Juhu. Jetzt nimm mal die andere Knarre bitte. Danke. Oh. Was ist denn? Rasender Goliath. Ich mag dieses Ding. Ja. Was? Was ist das denn? Schild-Booster. Lade sofort auf 25% auf von einem Spieler getragene Booster-Schild abgeworben. Okay. Na, 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 na. Dankeschön. Ankert. Alter. Was soll das denn wieder? Tor durch, Robert. So. Halt im Ankert. Ja, 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 ja. Euer Blick zurück durch. Was ihr seht, ist durch Teuschung. Der Tod, das bin ich. Hilfst du? Okay. Ja, ich habe. Danke. 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 Oh. Ich wurde vom Zug erwischt. Ich nicht, aber ich habe, der ist gerade an mir vorbei so wunscht. Ja, ich stand auf den Gleisen. Ich hörte nur noch das Anrollen. Organische Aufwunscher. Hä? Ah, dann ging das. Gilly. Oh, sehr schön. Sehr schön. Die Knarre ist so geil, ne? Was denn, eine von denen, die ihr jetzt neu habt? Mhm. Ich kann das nicht nehmen. Kannst du das nehmen? Nee, den Volk. Ich muss den. Ich muss den. Ich muss den Sporn gerade wieder neue Gegner. Ich bin gerade auf dem Weg zu euch. Ich kriege eine neue. Hallo, jetzt bitte. Danke. Wow, was? Was ist das denn? Deck beware? Hä, wieso konntest du das denn jetzt nehmen? Weiß auch nicht. Hä? Wo ist denn der, der hier so rumbrüllt? Ach, Moment, meinst du dieses komische Schildding? Ja. Irgendjemand von euch beiden verliert Schildbooster. Ach, da unten ist er. Ja. Und Zeitpunkt. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. 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 so was muss man jetzt hier eigentlich machen ja unser weiß nicht jetzt von andauernd neue aber ist denn jetzt für eine kacke bleibt stehen und bis gott ja toll ich habe ihn doch getötet warum bin ich nicht wieder bin ich da krieg schon wieder plack so ich glaube wir sollten mal hier rausgehen das irgendwie da oder weiß ich liebe diese das ding ist klar dass ich jetzt einfach ernsthaft dass wir haben okay bitte keine munition mehr für meine sniper man kann damit gerade gesagt welches was ich leveln soll auch schön wieso hat er das getan dieses anarchie die sieg gefährlich auch jetzt weiter hier müssen wir lernen gefunden ok ich glaube die pseudonymmer kann an den bahn schienen entlang runter springen mal hier auch gleich wenn der zug weg ist hallo an gott ist sehr schnell ich habe glaube ich was initiiert natürlich geht es wieder auf mich war ja klar ich hatte einen bleisalat bestellt ich hatte munition bestellt jemand hat mich trotz allem ich sterbe finde das zu treffen ist so schwierig keine munition mehr haben wollen der scheiß war ich ja 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 kommt doch einfach auf den kleinen du bist wie Ich hab keine Munition mehr, ne? Ich hab nix mehr. Schieß, 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 sie sind halt tot! Juhu! Danke. Aufpassen, da hättest du eine Mine, ne? Hier ist was für ein Psycho. Explosivschaden. Ja, das ist weiß. Und da vorne gibt's wieder Kreaturen. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Ja, hier auch gerade. Ja, speichern. So, jetzt holen wir uns das letzte Mal. Nicht auf die Mine schießen! Warum nicht? Ich habe eigentlich gar keine Munition mehr. Überleg doch mal. Wenn das Vieh kommt, zum Mine lücken, bumm. Ja, gut. Das ist natürlich... Ja. Das hat gut funktioniert. Oh. Oh, vielleicht sollte ich die... Was? Irgendwo verpuppt sich jetzt gleich einer. Hier, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab indiziert, glaube ich. Oh nein, 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 nein. Platsch. Du hast kaum erwartet, deine Nucke zu krass. Hm. Lock den mal hier an die roten Teile. Na komm. Ja, gut, das war jetzt nicht so nah. Oh Gott. Ich hab wieder eine Herausforderung abgewinnt. Ne, wo ist das? Ne, das war's nicht. Wo ist das denn? Ne, das war's nicht. Wo ist das denn? Legt euch nicht mit mir an! Geilo! Geilo? Hatte gesagt. Ich klebe noch drei los. Schon ist wieder zu. Komm, drück E! Ich schieße rüberklaupt! Ich schieße rüberklaupt! Lalalala! Oh, jetzt schaffst du das! Scheiße! Ich komme! Schaff ich's! Schaff ich's! Schaff ich's! Schaff ich's! Schaff ich's! Nein! Du stirbst nicht, Leute! Verdammt! Ich hab's denn rüber angeklickt, hab meinen hier schon gekriegt. Wo bin ich jetzt? Achso. Ja, das ist ja nicht so weit weg. Das ist okay. Blutkonzert! Ach! Wo willst du denn hin? Ich wollte das Vieh töten. Aber der Anker war doch schon dabei. So! Was gibt's denn hier noch für ein lustiges... So. Man möchte mit mir tauschen. Also, ne. Das ist gar nicht. So. Was hab ich denn hier eingesammelt? Hier ist eine Farm. Wir können hier mal gucken, was hier ist. Jo. So. So. Wir haben das. Äh. Oh. Au. Ähm. Ja. Das ist... Weißt du was? Das ist so ein System, um hier diese Insekten kaputt zu machen. Die Stolmagakan. Ah! Man! Die Stolzmusiker! Und jemand dealen. Michael als Washington. Wir müssen da hochgekommen. Von der Seite. Was ist das denn schon wieder? Einzelschutz. Ich muss einzeln jeweils drücken. Was soll denn das? Wo ist es hin? Ich habe wieder Schrot, ey. Wie kommen wir hier wieder raus? Ich würde sagen, die Leitern. Ich sehe die Leitern irgendwie. Aber ja, klingt gut. Ist gut, was ihr da macht? Ich spüre das Rot. Oh, so. Die biegen aber auch so durch. Mann, was gab es da? Ja, ganz viel zu viel, um einfach nur mal kurz zu gucken. Okay. Komm bitte mit. Komm einfach mit. Lass die einfach sein, was sie sind. Wo bist du? Hier, wo das Ding zu war. Oh ja, gut. Okay. Ja, bist du da? Und den Punkt habe ich hier schon mal? Bin am... Bin drauf. Ah, hier ist auch ein Samz für Munition. Sehr schön. Hä? Da ist ein Loch drin. Okay. Wie komme ich denn da runter? Ah, so. Ein Leiter. Ist das die Hütte, wo er alles versteckt hat? Ich glaube. Vielleicht. Para-elektronomisches Punishment. Okay. Hm. Okay. So schnell wie du abdrücken kannst. Das will doch keiner haben. Wieso? Doch, das funktioniert gut. Ich glaube, ich sitze mal um. Ich habe hier noch ein... Ja, Mann. Der regeneriert sich. Hä? Geil! Immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. Okay. War das jetzt die Quest eigentlich mit dem Typen? Oder war die das nicht? Bin mir nicht so sicher. Moment. Ähm. Wo ist denn das hier? Erwisch den Zug? Nee. Schwamm drüber. Finde das Versteck. Ein Bandit, den du getötest, da hast du es wünscht oder wünschst du, um einen Schwung Waffen zu vermachen. Du musst sie dir nur im Tundra-Express holen. Okay. Äh, hier. Wollen wir uns zurück teleportieren? Wir erst reisen. Ja. Wo müssen wir denn hin? Warte mal. Was? Wir sind doch im Tundra-Express. Ja. Wo ist denn die Versteckung? Somm wir mal kurz her. Oh, du bist in dem Sperrgebiet mit den Kanonen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Wollt ihr mal kurz darüber reden? Ja, pass auf. Ich komme nicht hoch. Wieso willst du denn sterben? Ich kam gerade nicht hoch. Ich muss das doch mal vormachen. Wo willst du denn hoch? Die Leiter kam ich gerade nicht hoch. Ach so. Dumm, nur dass man hier keine Munition kaufen konnte. Ich kann auch noch mal eine Zon kaufen, oder nicht? Nee. Nur Waffen? Kauf schon endlich eine Waffe. Ach, kacke. So, wo müssen wir jetzt lang? Da lang. Ich renne da gerade schon hin, wo wir hin müssen. Wir suchen jetzt, finden wir das versteckt, ne? Ja, ja. Schwammgebäude. Wir machen den Schwamm drüber blüsst. Ja, ich gehe ja schon. Ich komme nicht mehr raus, hier aus dem scheiß Besteck. Springen die Leiter an. Ja, wenn du die aber seitlich anspringst, oder so, dann ärgert er nicht. Nee, dann klappt das nicht. Hä? Geh dann auch nicht? Müssen wir nicht das Gebiet wechseln? Nee. Nein, wir müssen da hinten irgendwo links. Ist ja total weit weg. Ja, ich will auch ein Fahrzeugmobiles. Wieso läufst du da nicht weiter? Da geht's nicht weiter. Wir sind wieder da. Wieder egal. Okay, aber hier oben. Werde verfolgt. Ja, von mir. Nee, da ringt hinter mir ist ein Vieh. Ja, ja. Das hat gegrüßt. Sag, hallo. Hallo zur Nimo. Oh, da sind auch hier Elektrostrahlen. Was, da sind Elektrostrahlen? Ja, hier so ein Geheimnis Ding. Ja, ich glaube, da müssen wir auch rein. Aber erst mal, ja, guck hier da drüben im Berg. Da, wo der Ankert jetzt gerade lang läuft, da geht's in den Berg rein und das ist Elektrozaun. Ankert, siehst du das? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Lauf mal dahin, wo der Ankert jetzt ist. Ja, bin am Weg. Und ich hole mir jetzt gerade mal da oben. Oh, das ist immer noch nicht drin. Stopp. Ja. Boah, du scheiß Vieh gehst mir auf den Keks. Entweder fliegst du jetzt mal richtig oder du bleibst in meiner Schussreichweite. Boah, gib Ruhe, ey. Mistmade. Hier ist aber kein Schalter und nix. Ja. Oh ne, ich hab da was gefunden. Ach ja? Was heißt, du hast etwas gefunden? Und tschüss. Hier. Oh. Hier ist der Eingang. Ihr müsst da raus und hier rumkommen. Links oder rechts? Wenn ihr rausgeht, nach links und dann um den Berg herum. Und da liegt jetzt so eine Kiste und die leuchtet auch und die müssen wir anfassen. Plündere das Versteck. Da, wo ich bin. So, hier. Oh, hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Ich brauche das Zeug, um mein Badewasser aufzuheizen. Muschisnackelbatz liebt warme Bäder. Falls du weißt, was ich meine, Oberstückmeister ist bloß Wasser. Halle! Boah, Deckung! Ich hab Füllung. Niemand dringt mich umgeschabt. Niemand! Was? Was kam da raus? Doch, die haben die trotzdem umgebracht. Ich will kein Duell mit irgendwem Geweck. Wer war da? Ich hab dich bedrungen. Du schießt denn hier auf mich? Ja, ich bin aus der Arena gerannt. Wenn ich V drücke und ihr in meiner Nähe seid, dann kann ich keinen Nahkampf ausüben. Und dann macht ihr sofort Zwelle. Ja. Hä? Wo ist er hin? Hab dich lieb. Ich dich auch. Du stirbst jeden Tag. Das stimmt bei dir sogar. Ich drücke. Ja. Was? Finders, was ein verstecktes toten Banditen. Er hat es zwar nicht auf die Reihe bekommen, dich umzulegen und das gleich zweimal. Aber eins muss man ihm lassen. Er geht strategisch vor. Abschluss. Beute versteckt. Blah. Ah, wir kriegen trotzdem was. Was gab's denn? Hat er jetzt gesagt, du Arsch? Verstanden. Uh. Hocheffektiv gegen Schilde. Eine Schrotflinte. Oder Rocket Torpedo. Explosiv-Schaden. Oh, ich nehm die. Ich nehm das, was mir Geld gibt. Ja, ich hab's ja auch gemacht. Geil, das ist... Das ist ne... Hier dieses Rocket Torpedo, was ich hier hab. Guck mal, das ist ne... Das ist eigentlich ne Automatic Rifle, aber die verschießt kleine Raketen. Die ist richtig gut. Es ist gut für dich, es ist sehr gut. Lass kommen wir jetzt. Badass Rocket. Ach ja, komm mal her. Ja. Soll du nicht mehr? Hm? Ich bin runtergefahren. Okay. Läuft aber, glaube ich, hinter mir her. Salz. Herrgott, wo ist mein Salz? Hä, haben wir mehrere davon jetzt? Ja, irgendwie fällt mir einer auf, danke. Wo ist sie denn? Ja, ich komme. Ja. Danke. Mann, warum hast du es denn auf mich abgesehen? was kommt da bloß raus wenn der wenn der sich noch verwandelt woher kommen die jetzt alle weiß ich nicht das hängt mich am leben was ich leck dir die gehirnwanne aus meine muggies ab ja das war gerade das war in letzter sekunde wieder so ich brauche erstmal keine medikits ich kann mich heilen okay das ist ja schön so warte das war irgendwas besseres als das was ich jetzt habe muss ja aber zu welchen zu welcher mission ich habe jetzt hier erwischt den zug trifft sich mit roland ja haben wir hier noch irgendetwas moment der tata three horns die weit haben wir noch was und bloodshot strongholds hier ist frostborn blittergrote hol die moxie pizza die habe ich schon geholt ja gut wir müssen aber für egal was von beiden müssen wir wieder zurück alles klar dann geben wir die quests ab und dann haben wir ja reden mit roland und im gelände mit der kümmern jawohl jawohl ich möchte gerne kurz verkaufen bevor du irgendwas was ein hervorragender tag für den kapitalismus die welt anzeichen wie ich denn stoppen ich bin bereit hast du dich dann vieles geld ja ich bin soweit herausforderung habe ich schon wieder ab ich habe auch schon irgendwann herausforderung wieder geschafft so ist mein auto schon wieder wagen wagen notet mal da das auto sporn ich bin drehen kann losgehen ja kommt ihr mich mal ganz kurz holen ich bin aufgestiegen ist er jetzt tot auf hey auto da wollte ich ganz lang denn die lenkung von dem hier ist nicht auch so warte mal wo müssen wir denn hin wir müssen da lang zum sanktuari da müssen wir durch müssen wir durch ja doch doch wir müssen zum sanktuary ja aber da geht es nicht zum sanktuary warum wird mir das hier angezeigt hier geht es zu wie da müssen wir oben hin der hat mir gerade hier angezeigt dann müssen wir zurück so an der nächsten kreuzung nach rechts was wird hier gefahren haben sie einige taxilizenz was ich nicht verstehe nicht nicht sprechen lecker 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 oder was moment hier so auch falsch da reicht nein du fährst du mir die straße zurück in der kreuzung rechts ach ja einfach rum und bei der nächsten abbiegung nach rechts abbiegen geradeaus so jetzt recht diese übrigens diese lenkung bei diesem auto ist nicht so gut wie bei dem anderen wer zählt jede minute mit wem weiß ich nicht ab zum rola was machst du denn da ich habe meine waffe nachgeladen ich habe vergessen dass das dann bewirkt das nicht so erst geben wir das quest beim doktor hemmel ding ab und dann laufen wir zu roland noch einmal hemmel lock moxies ich spreche mit loh du hast du hämmel lockt der erkenntnis verholfen dass die Natur nicht immer schön ist. Das hätte irgendwie etwas Ergreifendes gehabt. Wäre seine unmittelbare Reaktion nicht gewesen. Oh Gott, mach sie alle tot. Ii, ii, ii. Abschluss, Sir Hämmerlock. Er spürt uns, dass wir zum Logen alle geschaffen in der Natur achten sollten. Aber mal ehrlich, dieser Lück-Tanz sah aus wie eine Eiterbeule. Ja, das stimmt. Ein bisschen. So, und jetzt ab zu Roland. Ich spieg's ja via. Was? Was? Ich hab' aber ein neues, ich hab' ein neues, neues, doch irgendwas. Hm, hab' ich nicht. Kader. Na gut, okay, ab zu Roland. Zu Rolando. Zu Rolando Bloom. Ich fürchte die beiden, die leiden leider unter Gedächtnisschwund. Wer hat meine Adresse gegeben? Wir führen nochmal komplett dasselbe Gespräch gerade. Ja, und? Ich red mit ihm. Ankert? Ja, ja, mach. Also Jack wird uns alle kehren, wenn du ihn nicht aufhältst. Er meint Hallo. Das ist seine Art Hallo zu sagen. Achso. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Nein. Seit Jahren versuchen wir Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridium-Minen plündern. Aber das reicht nicht. Aber du, du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt und mir und Lilith den Arsch gerettet. Danke übrigens. Wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Hey? Die Kammer, die Jack Schuhe, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Ein uralter, iridianischer Krieger, mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja, aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren, könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten. Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt ein Problem. Wir brauchen den Kammer-Schlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereits. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jeder Runze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammer-Schlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra-Express. Er kann so gute Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist. Okay. Ich muss sagen, von Lilith, die Synchronsprecherin, gefällt mir nicht so gut. Die ist irgendwie so... Was? Also, ich kann mich wiederholen. Was? So. Das stimmt mit der Frau nicht. Irgendwas stimmt mit dir auf jeden Fall nicht. Dann würde ich mal sagen, wir gucken der erst mal auf den Po und dann machen wir Schluss. Ach so. Ja, guck mal auf den Po. Tschüss. Tschau. Tschau.